Meine Damen und Herren, bei mir ist Max Kuschinski. Max, du warst im Katastrophengebiet im Westen Deutschlands. Wie kam es dazu? Du kommst von welcher Organisation? Ich komme vom DRK Mittleres Erzgebirge. Wir sind der zweite Einsatzzug des Katastrophenschutzes. Und ja, es kam eigentlich dazu, dass Rheinland-Pfalz ein Hilfeersuchen an alle Hilfsorganisationen in Deutschland gesendet hat. Und unser Zugführer, der relativ schnell reagiert hat, hat nachgefragt, wie viele Personen oder wie viele Kameraden wir bereitstellen können. Und da habe ich nicht lange drüber nachgedacht, habe mich direkt mitgemeldet, so wie 28 andere Kameraden und Kameraden in unserem Zug. Und ja, es ging von ein Tag auf den anderen dann quasi in die Fahrzeuge und los. Wo warst du ganz konkret? Wir waren in und um Ahrweiler, das ist in der Nähe vom Nürburgring. Quasi das Epizentrum des ganzen Geschehens. Und ja, haben dort auch versucht, in den ganzen kleineren Dörfern, die dort im Kreis sind, irgendwie unsere Hilfe anzubieten. Als du dort angekommen bist, Max, was hast du gefühlt, was hast du gedacht, als du diese Zerstörung gesehen hast? Was ging da in dir vor? Tatsächlich war ich fassungslos. Man hat das irgendwie den Boden unter den Füßen weggerissen. Weil, ja, man kennt das nicht so. Man lebt seinen normalen Alltag. Ja, es regnet mal. Aber dass das konsequent in einem Gebiet so stark auftreten kann und dass das so viel Leid und Elend hinterlässt, das macht einen irgendwie fassungslos. Tatsächlich auch ein kleines bisschen depressiv, wenn man das so sagen möchte. Weil die Leute dort haben oftmals alles verloren. Alles, was sie kannten. Und sämtliche Hab und Güter waren damit weg. Wie konntest du ganz konkret vor Ort helfen? Was habt ihr ganz konkret gemacht? Tatsächlich haben wir uns um die medizinische Geschichte gekümmert. Sei es kleine Kratzer oder die Fahrten ins Krankenhaus von Verletzten. Wir haben uns auch um die Betreuung gekümmert von den Betroffenen, die in den Turnhallen und Schulen geschlafen haben. Dort haben wir natürlich versucht, Betten irgendwie hinzustellen, auch mit Matratzen irgendwie einen Schlafplatz für die zu organisieren. Mit Essenslieferungen und auch Transporten von anderen Einsatzkräften haben wir dort versucht, so viel wie möglich Hilfe anzubieten. Ich denke, mehr könnten wir eigentlich nicht tun. Max, was ist dir aufgefallen bei deiner Arbeit mit den Menschen, die mit vor Ort waren? Sei es als Helfer und sei es auch als Betroffene. Was ist dir aufgefallen? Tatsächlich eine sehr große solidarische Kameradschaft untereinander. Auch eine gewisse, wie sagt man, Dankbarkeit. Auch wenn man sie vielleicht nicht in Worten ausgedrückt hat, aber man hat es an den Blicken der Betroffenen gesehen. Und auch mit kleineren Sachen, wie zum Beispiel nur einen Schokoriegel zustecken oder ein kleines Plakat mit Danke, was irgendwo an der Straße hing. Ja, hat man schon gespürt, dass die Leute das einem sehr, sehr, sehr danken, dass man überhaupt einfach nur da ist. Egal, ob man helfen konnte und einfach nur ein offenes Ohr hatte. Wie lange wart ihr ganz konkret fort? Wir waren vier Tage da. Und ich denke, mehr muss man oder kann man auch nicht tun, weil die Energiereserven sind irgendwann aufgebraucht. Max, gab es Situationen, die du dein Leben lang nicht vergessen wirst? Was hat sich bei dir eingeprägt? Ja, selbstverständlich. Wir haben viel Leid und Elend gesehen. Eine Sache, die mir definitiv nie wieder aus dem Sinn geht, ist, dass der einsame Rentnerin vor ihrem völlig zerstörten Haus stand mit einem kleinen Körbchen, mit ein paar Süßigkeiten und was zu essen und hat versucht, irgendwie doch den Kameraden, egal ob THW oder Bundeswehr, Feuerwehr, eine kleine Dankbarkeit zu zeigen, obwohl sie uns dann erzählt hat, wo wir ein bisschen mit ihr ins Gespräch gekommen sind, dass sie sowohl ihr Mann als auch ihr komplettes Abend gut verloren hat und sie dann auch wirklich bitterlich geweint hat, während sie versucht hat, uns irgendwie mitzuteilen, wie ihr momentaner Stand ist. Jetzt warst du unten, als das Wasser ja schon weg war, richtig? Man hörte die Aufrufe Sachspenden, aber sind die tatsächlich noch angebracht? Aus deiner Sicht, was brauchen die Leute vor Ort? Wie kann ich jetzt hier in Sachsen, in der Region, den Leuten da drüben tatsächlich helfen? Also von Sachspenden wurde uns gesagt, soll man jetzt absehen, weil davon sind genügend da. Also die komplette Halle im Nürburgring war voll mit Sachspenden palettenweise. Was den Leuten momentan wirklich hilft, ist versuchen, irgendwie Schubkarre und Schaufel zusammenzupacken, sich dort unten anzumelden, um als Helfer verteilt zu werden oder halt kleine Geldspenden wie 5 bis 10 Euro, die vielleicht der eine oder andere doch aufbringen kann, irgendwie da drunter zu spenden, weil das am meisten hilft, um Infrastrukturen und Fahrzeuge zu spenden, um die Häuser vielleicht halbwegs zu retten und den Leuten eine kleine, ja, wie soll man sagen, Zukunft irgendwie wieder zu zeigen. Es geht ja um kleine Dinge, dass ich wieder telefonieren kann, dass ich mich duschen kann, dass das Wasser läuft und solche Dinge. Das ist soweit korrekt, ja, weil die Leute haben gar nichts mehr. Also die leben quasi mal wie im Mittelalter und hätten wir die Kameraden von der Bundeswehr nicht gepselt und nicht mal Funknetz. Max, an dieser Stelle erstmal ein großes Dankeschön für deinen Einsatz. Blick in die Zukunft, steht wieder was bevor? Bist du wieder oder wirst du wieder abgerufen? Wie ist da der Plan? Sollte da ein neues Hilfeersuchen kommen und unser Zugführer uns fragen, ob wir mit Sach und Tat wieder da runterfahren können, bin ich, glaube ich, der Letzte, der da Nein sagt. Ich werde natürlich alles in die Wege leiten, um so viele Kameraden aus meinem Ortsverband wieder mit reinzubringen. Max, vielen Dank für dieses Interview. Vielen, vielen Dank. Kein Problem.